liebe zuschauer von lfm einen wunderschönen guten tag einfach heute mal kurz nachrichten kurz nachrichten warum ja es passiert passieren so bestimmte ereignisse wo man mal in die zeitung schaut mal irgendwo im auto sitzt und plötzlich eine nachricht kommt und so weiter mein thema ist heute nato warum nato na da passiert doch gerade was ukrainische ukrainische grenze donbass ist rumort in der ganzen geschichte die usa haben truppen verlegt in diese gegend die usa unterstützen die ukraine und natürlich hat die russische regierung auch darauf geantwortet und hat einfach mal truppen entlang ihrer grenze verstärkt ist legitim also jeder schützt seine grenzen so gut wie er kann ich glaube die einzelnen die das nicht tun sind wohl die deutschen ja warum nato nato ein gebilde aus 30 staaten wissen wahrscheinlich die wenigsten aber es sind 30 staaten nur interessant ist die nato eigentlich nur für die usa weil für die anderen die zahlen machen und tun und hat mit der usa eigentlich insofern nichts zu tun weil sie kommen ja an die gelder der amerikaner gar nicht ran die amerikaner haben das größte budget der nato generell das sind mit zig milliarden im dreistelligen bereich und das können sich die anderen eigentlich gar nicht leisten warum ist aber dieser unterschied so gravierend nun die amerikaner bestimmen die amerikaner kaufen keine waffen aus wie sich sag mal aus polen oder aus tschechien oder aus ungarn oder sonst woher sondern nein sie verkaufen höchstens ansonsten werden immer nur ihre eigenen waffen gekauft so kein kein anderes land aber bekommt gelder aus dem großen topf der waffenlobby in den usa umgedreht ist das plötzlich ganz anders die amerikaner bekommen gelder aus dem eu budget komische frage warum ist denn das so also irgendwie läuft da ein bisschen was daneben und jetzt ist folgendes passiert die nato wird eigentlich in drei sprachen übermittelt englisch französisch und russisch in letzten tagen ist eine vierte sprache dazugekommen jetzt könnte man ja meinen es wäre deutsch warum deutsch weil deutsch der im prinzip ja viertgrößte einzahler in den topf der nato ist da könnte man ja sagen naja gut dann wird auch alles was über die nato läuft noch in deutsch übersetzt nein es ist eine sprache die mit der nato gar nichts zu tun hat und jetzt sage ich mal holzauge sehr wachsam was könnte das für eine sprache sein ich will sie nicht lange auf die folter schritten waren es ist ukrainisch ukrainisch ist jetzt eine sprache der nato das ist ein ding oder warum also nachtigall ich höre die trapsen ukrainisch ist dazugekommen weil gerade dort sich ein konflikt anbahnt der unheimlich wichtig für die amerikaner ist um zu sagen ja hier können wir mal wieder gegen die russen schießen und bestimmte dinge durchziehen also es ist in farmen was im prinzip auf dieser geschichte nato abläuft die wirklich nur noch ein gebilde ist um geld zu machen um waffen zu verkaufen und das nicht im sinne der kleinen mitgliedsländer sondern nur im sinne der usa alles andere macht gar keinen sinn mehr so viel zu diesen themen heute ganz kurz machen sich ihre gedanken und wenn sie in den nächsten tagen in die presse schauen in deutschland wird wahrscheinlich gar nicht dafür darüber gesprochen dass es überhaupt stattgefunden hat dass plötzlich in der nato ukrainisch gesprochen wird oder geschrieben wird das heißt ja es werden sämtliche dokumente in diesen vier sprachen jetzt abgefasst das werden sie wahrscheinlich in deutschland gar nicht hören warum nicht will man nicht dann müsste man fragen beantworten kann man nicht will man auch nicht in diesem sinne einen wunderschönen guten tag bis zum nächsten mal auf wieder so 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 so